Die großen Abhörprogramme der NSA. Der US-Geheimdienst speichert Milliarden Telefongespräche aus aller Welt. Die automatische Erkennung der Sprache und deren Analyse ist dabei ein Schlüsselfaktor. Die Spracherkennung ist ein ganz wichtiger Baustein, der in den letzten Jahren überhaupt eher skalierbar geworden ist. Das heißt, der für große Datenmengen anwendbar geworden ist. Letzte Woche in Lyon. Hier trifft sich die globale Forscherelite in Sachen digitaler Spracherkennung. Unter ihnen eine absolute Koryphäe der Szene, Professor Alexander Weibel von der Universität Karlsruhe. Seine Forschung machte die digitale Spracherkennung erst anwendbar. Der amerikanische Geheimdienst nutzt die Weibel-Forschung. Wird zum Beispiel ein Telefongespräch abgefangen, wandelt die Software das Gespräch in einen digitalen Text um. Zunächst in der Sprache, in der gesprochen wurde. Arabisch zum Beispiel oder auch Deutsch. Der so entstandene Text wird gespeichert und parallel ins Englische übersetzt. Nun wird der Text automatisch durchsucht und mit verschiedenen Datenbanken abgeglichen. Ein mächtiges Instrument. Von der NSE eingesetzt zur totalen Überwachung. Der Professor aus Karlsruhe allerdings will nur öffentliche Forschung betrieben haben. Sie sagen, Sie haben niemals für die NSE geforscht? Ja, wir kennen die Leute natürlich alle in der amerikanischen Regierung. Aber wir haben nie Classified Research gemacht. Das heißt, wir sind also immer öffentliche Forschung, die Sie von jeder öffentlichen Organisation runterladen können. Diese Daten können Sie öffentlich beziehen. Und auch viele der Forschungsprojekte von Herrn Weibel wurden und werden von den amerikanischen Geheimdienst- und Militärbehörden beauftragt und genutzt. Dabei gibt es sehr oft einen öffentlichen und einen geheimen Teil. Aus Forschungsunterlagen, die Fakt vorliegen, geht sogar hervor, dass Professor Weibel jahrelang für ein amerikanisches Regierungsprogramm namens Total Information Awareness zu Deutsch, totale Informationserkenntnis, geforscht hat. Es ist mit der Grundstein für das Prison-Programm der NSA, wie der amerikanische Enthüllungsjournalist Jane Harris belegen konnte. Der Kern dieser Idee war, dass man Zugriff auf große Datenvolumen in Echtzeit haben muss, damit sie nachrichtendienstlich ausgewertet werden können. Der Umfang, die Ausrichtung und der Aufbau des Total Information Awareness-Programms ist fast genau das, was man jetzt in Programmen wie PRISM umsetzt. Sogar dem amerikanischen Kongress war das Total Information Awareness-Programm ein zu tiefer Eingriff in die Grundrechte der Amerikaner. 2003 wurde es offiziell beendet. Inoffiziell, aber führt die NSA das Programm weiter. Die US-Regierung finanziert nun das Überwachungsprogramm aus einem Schattenhaushalt, gibt dafür pro Jahr mindestens 300 Millionen Dollar nur für Forschung aus. Auch für Professor Weibels Entwicklungen. Wir sind gerade erst dabei zu verstehen, wie das alles zusammenhängt. Nun stellt sich die Frage, inwieweit die Geheimdienste mit der Wissenschaft verflochten sind. Sie sind es, sehr sogar, und das schon seit sehr langer Zeit. An seinem Institut in Karlsruhe führte Professor Weibel jahrelang auch Forschungen durch, die amerikanischen Geheimdienst- und Militärprogrammen zugutekommen. Allein bis zum Jahr 2000 wurden vom Bundesministerium für Forschung mehr als 3 Millionen Euro Steuergeld für ein solches Projekt bereitgestellt. Das hat das Ministerium Faktgegenüber eingeräumt. Dass dabei gemeinsam mit den Amerikanern geforscht wurde, will das Ministerium nicht gewusst haben. Alexander Weibel ist auch Professor an einer Universität in Pittsburgh. Auch dort wird für Programme der amerikanischen Geheimdienste und des Militärs geforscht. Von hier aus gingen die Forschungsergebnisse an die NSA. Anwendungen, die wohl auch den BND erreicht haben. Das bestätigt Jo Lernout. Der ehemalige Besitzer eines großen IT-Konzerns kaufte eine Firma und damit auch die Entwicklungen von Herrn Weibel. Er produzierte mit dessen Hilfe Überwachungslösungen für den BND. All diese Technologien wurden Eigentum meiner Firma. Das beinhaltete auch die Entwicklungen von Herrn Weibel. Dabei wurden die Technologien wie Spracherkennung und automatische Übersetzung auch für den deutschen Geheimdienst entwickelt. Klar ist, Professor Weibels Forschung kam der NSA, dem amerikanischen Militär und wohl auch dem BND zugute. Legte mit die Grundlage für die Massendatenauswertung der Geheimdienste. Doch der Professor will von der Brisanz seiner Forschung nichts wissen. Das brisante Wissen, das an der Spracherkennung entsteht, das ist wie Straßenbauendwissen. Wissen Sie, Sie können Straßen bauen und dann fahren Autos drüber und irgendwann fahren Panzer drüber. Ich meine, Sie können nicht eine Welt kreieren, in der man sozusagen das Wissen, das die Wissenschaft kreiert, völlig trennen kann. Bis Juli forschte der Professor in Karlsruhe an der Analyse von massenhaft aufgezeichneten Sprachdaten. Das Projekt bezahlte die US-Behörde für Geheimdienstforschung. Das hat die Uni auf Faktanfrage bestätigt. Davon will die Bundesregierung nach eigenen Angaben keine Ahnung haben. Das hat die UAC-Knocken, die Image-Robile aus der Analyse voncepcplin Turns zum ge souvent. Sie können nicht mit der Verstellungen nach